angst vor der aussteuerung angst vor der nahtlosigkeit muss das wirklich sein mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und gerichtlich zugelassen rentenberater von rentenbescheid24.de meine damen und herren eines unserer hauptschwerpunkte unserer tätigkeit bei rentenbescheid24.de ist das thema rente wegen erwerbsminderung und bevor es zur bewilligung einer erwerbsminderungsrente kommt wenn überhaupt gibt es viele menschen die erst einmal krankengeld bekommen und dann gegebenenfalls möglicherweise auch arbeitslosengeld und viele von denen wovon auch ein teil zu uns eine beratung in die beratung kommt sind oft mit dieser situation krankengeldbezug dann ende krankengeldbezug und der weg wie weiter völlig überfordert und haben eure angst angst vor finanziellen verlust finanziellen folgen angst davor jetzt zum bürgergeldamt zu rennen und zu sagen ich brauche jetzt hier geld helft mir bitte meine damen und herren ich würde das alles mal ein bisschen sortieren damit sie das auch alles gut verstehen um was es hier eigentlich geht also stellen sich folgendes vor sie sind krankgeschrieben 72 wochen lang bekommen 72 wochen von der krankenkasse krankengeld zuvor haben sie sechs wochen entgeltfortzahlung durch den arbeitgeber bekommen das arbeitsverhältnis besteht weiter fort es ist aber suspendiert das heißt also das arbeitsverhältnis ruht ja sie erbringen ihre arbeitspflicht nicht weil sie krank sind das heißt also sie haben 78 wochen lang ohne dass ihnen die krankenkasse irgendwie stress gemacht hat klammer auf das wäre ein ausnahmefall klammer zu haben sie hier entsprechende leistungen erhalten so und jetzt naht das ende des krankengeldes dann kommt ein schreiben von der krankenkasse von ihrer krankenkasse und die schreiben sehr geehrte damen und herren in sechs wochen endet der krankengeld bezug bitte melden sie sich bei der bundesagentur für arbeit mit freundlichen grüßen ihre krankenkasse und das war's alleine hier schon passieren die große fehler das heißt also die meisten von ihnen oder viele von ihnen das ist unsere erfahrung werden dann völlig kopflos und haben angst und machen einen entscheidenden fehler sie sehen das schreiben sie lesen das und sagen sich okay ich muss jetzt morgen zur bundesagentur für arbeit gehen das mag alles richtig sein aber als allererstes müssten sie den telefonhörer in die hand nehmen müssten die krankenkasse auffordern dass die sie ordentlich beraten dass man ihnen rat gibt wie geht es jetzt im detail weiter alles das was ich ihnen jetzt quasi erzähle müsste ihnen eigentlich auch die krankenkasse erzählen das gehört zu deren pflichten aus meiner sicht zumindest nun gut sie bekommen diese beratung nicht und sie gehen dann mit diesem schreiben der krankenkasse und ihrem personale ausweis zur bundesagentur für arbeit und sagen denen hier bin ich ich habe ein schreiben von der krankenkasse gekommen ich muss mich hier melden in sechs wochen ist die aussteuerung ich melde mich jetzt arbeit suchen sie legen den personale ausweis hin alles ist schön und dann kriegen sie den ersten termin bei ihrem mitarbeiter bei ihrem zuständigen mitarbeiter der krankenkasse und dort erzählen sie dem ja ich bin krankgeschrieben ich kann nicht mehr arbeiten und wie geht es jetzt weiter dann sagt er folgendes zu ihnen kein problem bis dahin ist das alles locker leicht und fluffig wir sie füllen jetzt erstmal ein paar unterlagen aus antragsunterlagen arbeitgeber erklärungen und so weiter und dann auch einen medizinischen fragebogen und diesen fragebogen füllen sie aus und dann wird nach aktenlage von ihnen eine medizinische bewertung erbracht und zwar durch den medizinischen dienste erkranken der bundesagentur für arbeit und diese medizinische bewertung entscheidet darüber ob sie aufatmen können das heißt also in die nahtlosigkeit hineinkommen ich erkläre gleich was das ist oder aber ob sie dann richtig probleme kriegen können es geht ja wieder um die finanzielle absicherung so meine damen und herren im günstigsten falle was sehr häufig so ist ich würde das nicht in abrede stellen sagt der medizinische dienst sie sind ein fall der nahtlosigkeit was bedeutet das nahtlosigkeit ist im paragraf 145 sgb 3 geregelt da steht sinngemäß drin wenn du lieber versicherter krank bist und zwar mehr als sechs monate weniger als drei stunden arbeiten kannst dann bekommst du so lange von uns arbeitslosengeld gezahlt bis die deutsche rentenversicherung über die frage einer erwerbsminderungsrente entschieden hat was macht dann die bundesagentur für arbeit wenn diese medizinische erhebung für sie da ist sie kriegen dann ein schreiben dort steht drin sehr geehrte damen und herren wir haben die nahtlosigkeit geprüft diese liegt bei ihnen vor bitte beantragen sie bei der deutschen rentenversicherung oder bei dem rentenversicherungsträger eine reha gerne aber auch freigestellt eine rente wegen erwerbsminderung so dann machen sie das und dann geht das ganze verfahren über in die deutsche rentenversicherung und solange wie die deutsche rentenversicherung nicht über im zusammenhang mit dem mit dem reha verfahren und mit dem möglichen em-rentenverfahren entschieden hat bekommen sie arbeitslosengeld ganz normal gezahlt sie müssen sich nicht der vermittlung des arbeitsmarktes zur verfügung stellen das heißt sie sind hier fein raus sind erstmal abgesichert ja wir wissen arbeitslosengeld gibt es zwischen 6 bis 24 kalendermonate so dass zudem was passiert aber wenn die bundesagentur für arbeit die nahtlosigkeit ablehnt wenn also in dem gutachten oder in dieser medizinischen befundung durch den mdk das ist eigentlich das ist im zu 99,9 prozent immer eine begutachtung oder befundung nach aktenlage das heißt also ein der entsprechende arzt der sieht sie nicht der holt sich praktisch akten ran und entscheidet dann und der sagt naja sie sind zwar krank aber aus meiner sicht weniger als sechs monate und sie können sogar ja mehr als drei stunden eigentlich arbeiten aber und jetzt kommt das entscheidende der arzt sagt ja nicht nur quantitativ wo die einschränkungen sind sondern erstellt ja auch qualitative einschränkungen fest das heißt also er sagt in diesem befund bericht in dieser befundung in diesem sozialmedizinischen gutachten in anführungsstrichen sagt er dass sie oft nur unter einschränkungen arbeiten gehen können ja so und jetzt kommt jetzt passiert das wo ich auch die bundesagentur für arbeit massiv kritisiere und sagen leute so geht es nicht jetzt kriegen sie einen anruf von der bundesagentur für arbeit meistens ist es ein anruf und die teilen ihnen das ergebnis mit und sagen sie müssen sich jetzt dem arbeitsmarkt zur verfügung stellen machen sie das nicht haben sie keinen anspruch auf arbeitslosengeld also sie merken es geht an sich weiter aber sie müssen sich dem arbeitsmarkt zur verfügung stellen so meine damen und herren und jetzt müssen sie aufpassen selbstverständlich werden sie sich dem arbeitsmarkt der vermittlung nicht verweigern würden sie das nämlich tun sich der vermittlung in diesem fall verweigern stellt die bundesagentur für arbeit sofort die zahlung des arbeitslosengeldes ein sie sagen aber nicht großen herzens jawohl ich gehe jetzt vollumfänglich arbeiten sondern sie sagen ich stelle mich im rahmen des vom gutachter von ihrem mdk festgestellten restleistungsvermögen merken sie sich das bitte das wort restleistungsvermögen dem arbeitsmarkt zur verfügung also der vermittlung zur verfügung meine damen und herren und genau das wenn sie das sagen und wenn sie dann auch ein entsprechendes schreiben von der bundesagentur für arbeit bekommen und dies dann auch so unterschreiben das ist ein schreiben wo es um die form also um die um die verfügbarkeit auf dem arbeitsmarkt mit dem restleistungsvermögen ausgewiesen wird und sie das unterschreiben dann geht es mit der zahlung des arbeitslosengeldes im normalfall weiter meine damen und herren aber tun sie bitte einfach nicht machen sie bitte einfach nicht den generalfehler und sagen sie der bundesagentur für arbeit nein ich will mich nicht der der vermittlung der arbeitsmarktvermittlung zur verfügung stellen denn dann sind sie definitiv aus meine damen und herren und hier ist auch meine noch mal meine kritik es fehlt oftmals an profunder an ordentlicher sachaufklärung und beratung durch die bundesagentur für arbeit wie geht es jetzt weiter wenn die nahtlosigkeit abgelehnt worden ist die nahtlosigkeit wenn die abgelehnt worden ist das habe ich ihnen gerade eben erklärt ist nicht das ende sondern es geht weiter aber dann eben mit der komischen folge obwohl sie krank sind dass sie sich dem arbeitsmarkt zur verfügung stellen müssen also der vermittlung zur verfügung stellen müssen aber dann eben mit den entsprechenden festgestellten einschränkungen und das führt oft dazu dass sie dann auch von der bundesagentur für arbeit keinen entsprechenden qualitativen geeigneten arbeitsplatz zur verfügung gestellt bekommen können weil nämlich die bundesagentur für arbeit in dieser fall konstellation ihnen erst einmal sagen muss für was für eine art tätigkeit sie sich auf dem allgemeinen arbeitsmarkt zur verfügung stellen können meine damen und herren und das ist genau dann auch wiederum das problem der bundesagentur für arbeit aber das sagen die ihnen häufig leider nicht also die ablehnung der nahtlosigkeit bedeutet nicht automatisch das ende des bezugs von arbeitslosengeld 1 meine damen und herren das bitte nicht vergessen ich kann ihnen nur generell raten in solchen fällen gehen sie bitte zu einem fachanwalt für sozialrecht oder einen entsprechend ausgebildeten gerichtlich zugelassenen rentenberater bitte aufpassen nur gerichtlich zugelassene rentenberater sind befähigt und befugt oder aber auch berater von entsprechenden sozialverbänden sind befähigt und befugt dort in diesen bereichen auch entsprechende beratung durchzuführen fragen sie davor ja ruhig nach denn solche beratungen bei gerichtlich zugelassenen rentenberater wie zum beispiel bei uns die kosten natürlich auch geld und deshalb steht es ihnen auch zu dort mal zu fragen können sie das überhaupt herr knöppel herr weise frau nadja kirschner wie auch immer wer da auch oder jemand anders wäre sie dort berät meine damen und herren das soll es gewesen sein zum thema aussteuerung und nahtlosigkeit nein sie müssen keine angst haben sie sie dürfen nur nicht den kopf in den sand stecken sondern sie müssen einfach tief durchatmen wenn solche schreiben kommen und dann sich in der familie oder mit freunden erst einmal in ruhe beraten und dann zu den sozialleistungsträger gehen und dort als allererstes mal entsprechende beratungsleistungen abfordern die für sie im übrigen nach dem gesetz kostenfrei sind und die auch durch den sozialleistungsträger zu erbringen sind denken sie aber bitte auch daran es gibt unter bestimmten voraussetzungen fristen wo sie handeln müssen und diese fristen sollten sie bitte unbedingt einhalten gerade im fall einer nahtlosigkeit rea antrag oder rentenantrag innerhalb eines monats nach bekanntgabe nach befürwortung der nahtlosigkeit das müssen sie machen machen sie das nicht fliegt ihnen das arbeitslosengeld quasi um die ohren näheres zum thema erwerbsminderungsrente aussteuerung krankengeld auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel